KUTAN Immobilien, wenn es um den professionellen Verkauf oder die Vermietung Ihrer Immobilie geht. Erstklassiker Service, hervorragendes Know-how, Seriösität, Kompetenz und Leistung. Seit fast 30 Jahren für tausende von Kunden. Meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. KUTAN Immobilien. Am Samstag, den 7.04.2018 gegen 16.12 Uhr ereignete sich auf der L529 an der Zufahrt zum Rolideepark ein Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen. Ein linksambiger Pkw übersah den vorfahrtsberechtigten entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer und es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Hierbei wurden alle vier Insassen des unfallverursachenden Pkw, ein 33-jähriger Mann, seine 25-jährige schwangere Ehefrau und die beiden Kinder im Alter von drei und fünf Jahren leicht verletzt und wurden zu einer näheren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Auch die 28-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Pkw musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Die L529 musste teilweise voll gesperrt werden. Im Einsatz waren Polizei, Rettungskräfte und die Freiwillige Feuerwehr Hasloch.